Hallo Leute, ich war gerade bei meiner Mama zum Mittagessen und sie hat mir mal meine Extensions wieder reingetaped. Ich habe jetzt gerade keine gute Frisur, aber ich schwitze, wie sauber es warm ist. Aber ich mache die nachher noch ein bisschen schön vielleicht oder wenigstens in einen Zopf nach oben. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus und die Strähnchen passen doch besser als ich dachte, weil eigentlich sind halt meine so viel dunkler, aber das vermuschelt sich ganz gut. Man sieht es nicht so doll krass, finde ich. Ja, es ist viel zu warm. Mir läuft der Schweiß. Das war mit den Extensions vielleicht nicht die beste Idee, weil es sind sehr viele Haare jetzt auf meinem Kopf. Aber egal, für se Optik nehmen wir ein bisschen Schweiß in Kauf. Wir sind wieder zu Hause. Wir haben nicht so richtig viel gevloggt. Wir waren bei Freunden Grillen und haben ein bisschen was gespielt und gequatscht und so. Und jetzt ist es ziemlich spät. Ich glaube, es ist gleich 0 Uhr und wir gehen jetzt ins Bett. Ich muss mich ganz dringend abschminken. Und aus diesem Plastik jumpst du draus. Der ist zwar sehr hübsch, aber wenn es zu warm und zu heiß ist, dann ist die ganze Zeit sehr schwitzig da drin. Und ich habe ein bisschen Schmerzen in meiner Wange, weil ich habe mir da ständig raufgebissen die letzten Tage. Und das tut jetzt ein bisschen weh von den vielen Gerede, glaube ich. Und weil ich heute irgendwie mehr Mimik und so, also viel reden und halt mehr mit den Fotos und so, Spannung im Mund hatte und irgendwie ist es ein bisschen unangenehm. Naja, ich gehe mich jetzt abschminken, Zähnchen putzen und dann geht es ins Bett. Wollen Sie eine süße Katze sehen? Da ist eine süße Katze. Hallo. Hallo Björn. Bist du süß? Guten Morgen Leute. Hello an diesem Samstag. Ich muss mir meine Augen gleich nochmal richtig abschminken. Ich habe noch Reste von dem Wimpernkleber dran. Aber ich schmeiße mich jetzt hier erstmal an den Rechner und werde den Vlog schneiden. Den letzten von bis Donnerstag. Ja, irgendwie bin ich ein bisschen müde, obwohl wir gut geschlafen haben. Jetzt kommt hier, glaube ich, gleich wieder eine kleine dicke Katze auf meinen Schoß. Immer wenn ich hier am Rechner sitze, kommt die. Sie ist schon in Position. Sie steht schon auf meinem Rechner. Sehen Sie dort. Möpkins. Was tun Sie? So, der Vlog ist gerade am Speichern. Tobi hat währenddessen angefangen, Mittag zu machen. Uh, die Tür knallt gleich wieder zu. Bumm. Und zu. Es gibt heute Ofenkartoffeln, noch die restlichen Grillwürste, die wir gestern nicht geschafft haben, mein Grillkäse und noch ein ganz bisschen Brot. Und Tobi hat noch Tzatziki gemacht, weil wir noch Joghurt im Kühlschrank hatten. Ich finde, mit den schwarzen Haaren sehen meine Augen krass viel blauer aus. Zumindest in der Kamera. Ja, Kontrast. Guck mal. Die schulen aber ein bisschen holler, die Waldfee. Ist toll, ne? Pass auf, ist heiß, ne? Ja, ich pass auf. Bin voll careful. Willst du damit hin? Ach, da reinschmecken. Okay. Also, dann werden wir wahrscheinlich... Naruto könnten wir mal wieder gucken. Das machen wir auch. Und dann essen. Nur für den Fall, dass ihr denkt, dass ich immer die Verfressende bin. Es gibt auch Tage, wo der Herr sich die halbe Packung Sahne auf den Teller macht und ich nur noch ganz wenig kriege für meinen Kaffee. Wir haben jetzt übrigens weiter Naruto geguckt die ganze Zeit. Und jetzt gibt es Kaffee und Naruto immer noch. So, ich habe mir heute mal diese Drehfrisur gemacht, womit man wohl irgendwie Locken machen soll können, ohne Hitze. Und habe meine Haare vorher ein bisschen feucht gesprüht und dann über meinen Bademantelgurt gerollt. Hinten habe ich einen Zopf reingemacht, damit ich da vernünftig schlafen kann. Mal gucken, ob das was wird. Wir werden das morgen früh sehen. Tüme und ich haben jetzt noch die ganze Zeit Naruto geschaut, den ganzen Tag. Heute war wieder Naruto-Samstag. Und was gegessen. Und sonst nicht viel gemacht. Ein bisschen was bei Grundstücken und so online gesucht und Sachen nochmal nachgerechnet und so. Aber nichts Konkretes. Ja. Und jetzt geht es schlafen. Es ist schon 23 Uhr und ich bin ganz müde. Ich bin immer schon eigentlich um 21 Uhr bin ich schon bereit fürs Bett. Meine Augenringe sagen das auch. So, guten Morgen. Dann machen wir hier mal die Lockenpracht raus und gucken mal, was das wird. Ja, also kann man machen. Aber die Seite ist ein bisschen verkrüttet. Aber die ist ganz gut. Wahrscheinlich habe ich da ein bisschen die Haare hier zusammengeknäuelt beim um den Probern da rumdrehen. Aber sonst ist schon süß. Bis zum nächsten Mal. So Leute, wir sind jetzt immer noch schon wieder im Auto. Eben habe ich euch im Auto was gezeigt, aber das war hinzu. Jetzt sind wir ungefähr vier Stunden später. Wir waren mit Freunden noch baden. Und jetzt haben wir dann noch spontan zusammen gegrillt. Reste gegrillt. Und Abendbrot gegessen. Jetzt ist es 21 Uhr. Und wir fahren nach Hause, weil wir müssen quasi ja schon schlafen. Ich bin auch schon ein bisschen müde und mir ist kalt. Also es ist eigentlich ganz angenehm, weil dann kann ich gut einschlafen und mich zudecken. Ja. Das wird bloß wieder in unserem Probern. Keine Fans tauchen. Das stimmt. Das wird sehr, sehr warm. Aber mir ist ja noch kalt. Also. Wartest du nicht wie lange? Ja, also bis ich dann im Bett liege, wird es dann schon wieder durchgelüftet sein. Die Luft draußen ist jetzt auch angenehm bei 22 Grad. Vorsicht, nicht enge Kurve. Gucke jetzt nichts. Ich mache das. Willst du wissen, wie warm es bei uns wo ist? Ja. Wohnzimmer? Ja. Steht hier überall. Wohnzimmer sind 27,4 Grad. Schlafzimmer sind nur 25,9. Das geht schon fast. Ja. Draußen sind es aber 23,8. Gibt es hier ein Bus? Ein Bus? Nein, ein LKW, was? Ist ein LKW? Ja. Oh, es wird eng. Hallo Moppi. Es ist Feuerabend. Hallo. Ich werde sehnsüchtigst erwartet zum Kuscheln nach der Arbeit. Vorbildliches Katzenkind. Sehr liebevoll. Sehr nett. Ich habe manchmal das Gefühl, sie spüren das schon, wenn ich im Treppenhaus bin. Die ist immer an der Tür. Auch wenn ich vielleicht noch nicht mal richtig gerade erst aufgeschlossen habe. Steht sie hier schon da? Ne? Steht sie schon da? Mal gucken, wann Tobi gleich kommt. Du kleine Träumnase nicht. Du schläfst lieber, ne? Du schläfst lieber, als mich abzuholen von der Tür. Ja, ja. Ich glaube, Tobi müsste auch gleich kommen. Es ist jetzt schon 10 nach 4. Mal gucken. Er muss, glaube ich, gleich noch kurz bei der Tankstelle Zigaretten holen, glaube ich. So wie das jetzt klang. Und dann fahren wir nachher noch zu seiner Tante. Die hat heute Geburtstag. Und essen da gemeinsam Abendbrot, soweit ich das verstanden habe. Ja, genau. Also der Arbeitstag heute war ganz gut. Oh, Björn ist süß. Aber ich muss sagen, tatsächlich tut mir ein bisschen die Zähne weh. Also die nicht mehr Zähne, die Wunden hier oben und da. Weil ich, glaube ich, viel mehr energisch rede und viel mehr betonte Mimik. Und dadurch mein Mund halt so ein bisschen... Also wenn ich ihn jetzt weit aufmache bei irgendwas, dann zieht es halt hier so ein bisschen. Ich meine gut, es ist halt auch noch nicht krass lange her. Und das muss jetzt noch ein bisschen wirklich zu Ende heilen. Aber habe ich nicht gedacht. Die letzten Tage habe ich ja auch noch mal mich unterhalten. Aber auf Arbeit spreche ich wohl scheinbar anders. Zumindest ist es da anstrengender. An meinem Kiefer. Ja. Jetzt mache ich hier mal Post auf. Und dann werde ich mich gleich schon mal umziehen und ein bisschen frisch machen. Damit wir dann nachher los können, wenn Tobi da ist. Och, Björn, sei nicht so süß. Wie sie sich erregelt. Oh, wie sie sich erregelt. So, hello, Leute. Wie man unschwer erkennen kann, ist es etwas dunkler. Bisschen. Bisschen. Tobi ist da. Also er war vorhin schon da. Aber wir waren jetzt auch schon beim Geburtstag. Fünf Letage ist immer noch anstrengend. Und es ist jetzt erst 20.30 Uhr. Aber wollen wir trotzdem schon Bima gucken drüben? Was kommen wir? Ich habe Lust auf ins Bettchen kuscheln. War heute irgendwie anstrengend. Und ich weiß nicht. Ich glaube, ich hatte euch vorhin schon gesagt, dass mir mein Kiefer ein bisschen wehtut. Ein wenig mehr als sonst. Und beim Geburtstag gab es auch noch Burger. Aber ich habe es trotzdem geschafft, gut zu essen. Also, wenn ich zu weit den Mund aufgerissen habe, war es ein bisschen pieksig. Aber es war okay. So. Abschminken. Klamötchen ausziehen. Schlafe die Sachen an. Und dann Bima und entspannen. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe mich jetzt, wie man unschwer erkennen kann, fertig gemacht. Meine Haare sind halt ein bisschen wüst. Und ich habe mich seltenerweise für Lippenstift entschieden. Ich trage irgendwie fast nie Lippenstift. Aber heute dachte ich, irgendwie habe ich heute den Schnibittchen-Weib gefühlt. So ein bisschen. Deswegen brauchte ich heute rote Lippen. Und ich muss ziemlich genau jetzt los. Ich muss hier noch meine Teebeutelchen aus meiner Kalle rausnehmen. Mal gucken, ob ich das schaffe, während ich mit euch spreche. Ich glaube nicht. Ohne zu kleckern zumindest nicht. So. Und Tobi ist nebenan und macht Homeoffice. Und ich muss jetzt auch los zur Arbeit. Und bin dann heute gegen 16 Uhr wieder zu Hause. Ich hoffe, der Tag wird gut. Ich hoffe, es bleibt trocken. Weil dann können wir den ganzen Tag draußen bleiben. Und vielleicht sind ein paar Kinder entschuldigt. Das wäre auch gut. Weil wir sind immer noch sehr, sehr, sehr knapp besetzt. Aber bisher ist meine Laune noch okay. Ich hoffe, es bleibt so. Ich hatte gestern zwar auch einen minimal stressigen Tag. Aber ich habe mir meine schlechte Laune noch nicht verderben lassen. Äh, meine gute Laune noch nicht schlecht machen lassen. So. Meine schlechte Laune habe ich mir noch nicht verderben lassen. Das wäre auch ein Trick, ey. So. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss. Hast du jetzt einen roten Knutschmund? Ich glaube nicht. Wir sehen uns heute Nachmittag. Tschüss, Freunde der Sonne. Hi, meine Lieben. Es ist jetzt 16 Uhr. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Habe mir gleich mal einen komischen Dutt gemacht. Die Tunnel raus und mich abgeschminkt. Und mich in Sportklamotte geschmissen. Weil ich jetzt ein bisschen Sport machen werde. Ich habe mir so eine Terra-Bänder. Weiß ich nicht. Heißen die so? So eine Sportbänder. Mit verschiedener Schwierigkeit. Also mit verschiedenem Widerstand gekauft. Und werde damit jetzt mal ein bisschen Workout machen. Und mir dabei Musik oder Hörbuch. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, ich versuche es mal mit Hörbuch. Weil ich eigentlich Bock habe, das Hörbuch weiterzuhören. Aber ich bin mir nicht sicher, ob mich das genug motiviert beim Sport. Also vielleicht zwitsche ich noch auf Musik um. Tobi ist nebenan. Der hat schon Feierabend gemacht. Und wartet auf dem Sofa auf mich. Aber ich motiviere mich jetzt zum Sport. So, ich war Haare waschen. Und Tobi hat in der Zeit, wo ich dusche und Haare wasche, mal auch ein kleines bisschen Sport gemacht. Und geht sich jetzt duschen. Und ja, jetzt machen wir uns gleich mal Brötchen und Abendbrot. Bonny, du stehst auf Unterlagen. Gehen Sie mal da runter. Ja. Und ich schmeiße uns jetzt ein paar Brötchen in den Ofen. Während Tobi duschen ist. Und dann habe ich ganz doll Hunger. Nach dem Sport habe ich immer so doll Hunger. Also erst, wenn es kurz danach meinen Körper wieder runterfährt. Dann habe ich mal mega Hunger. Björn, du hast auch Hunger. Ich weiß, du kriegst auch gleich was. Alle hungrig hier. In diesem Haus. Hallo und guten Morgen, meine Lieben. Ich habe mich fertig gemacht, wie man unschwer erkennen kann. Ich weiß, schon wieder Lippenstift. Aber ich will gleich noch ein Foto machen. Ich glaube, ich mache den danach ab für die Arbeit. Und ich habe Nudeln auf dem Herd, weil ich mir noch Mittagessen machen muss. Höre die ganze Zeit mein Hörbuch. Und habe eigentlich an sich jetzt langsam ganz gute Laune. Habe aber heute richtig schlecht geschlafen. Also ich bin irgendwie richtig platt und müde. Und ich muss halt ein bisschen früher los zur Arbeit, weil ich muss halt mein Auto in die Werkstatt bringen. Die machen einen Ölwechsel, Inspektion und ziehen mir neue Reifen auf, weil meine Reifen ein bisschen abgefahren sind. Und jetzt musste ich neue besorgen und die werden mir dann raufgezogen. Und deswegen muss ich ein bisschen früher los, weil mein Auto dann in der Werkstatt steht und ich dann von der Werkstatt aus zu meiner Arbeit laufe. Also es ist auf dem Weg. Aber ich muss dann trotzdem so 15, 20 Minuten glaube ich laufen, wenn ich jetzt nicht renne. Und ja, deswegen muss ich ein bisschen Zeit einplanen. Und nach der Arbeit laufe ich dann von der Arbeit wieder hin, hole mein Auto ab und bin dann wieder am Feierabend. Also der Plan steht. Ich hoffe, dass das alles nicht ganz so teuer wird, weil irgendwie die letzten Monate so viele Ausgaben dazu kamen, die nicht so richtig viel Spaß machen. Also so wie für meine Zähne oder, also generell Zähne war sehr teuer. Dann jetzt Auto und irgendwie Versicherungen und so. Also es sind irgendwie so viele sehr teure Ausgaben, die nicht so viel Freude bereiten. Wie als wenn ich das in Eiscreme oder in irgendwelchen Klamotten versenken würde, das Geld. Ja, meine Nudeln ärgern mich hier auch schon die ganze Zeit. Wenn ich sie auf 9 habe, blubbern sie fast über. Und wenn ich sie ein bisschen runter stelle, sind sie irgendwie, kochen sie gar nicht mehr. Aber egal. Die werden schon noch. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Nerven mich nur hier die Nudeln. Wenn ich einen Deckel drauf mache, kocht es bestimmt über. Deswegen mache ich das nicht. Und ich werde jetzt mich ans Fenster stellen und ein Foto machen. Und das dann noch gemütlich auf dem Sofa lümmelnd bearbeiten, damit ich das nachher posten kann. Ja. Ich habe heute versucht einen Narzissa Malfoy Look zu machen. Also ich habe halt keinen geraden Pony. Ich sehe eher aus, als hätte sie eine Tochter gehabt, finde ich. Aber auch cool. Guten Tag und Hallo. Hallo. Hallo an diesem Abend. Es ist Feierabend und Abendabend. Und wir haben gerade noch einen Brief fertig gemacht. Mal wieder. Für jemanden, der vielleicht uns ein Grundstück verkaufen will. Mal sehen. Naja. Aber auf jeden Fall werde ich den morgen zur Post bringen. Und mal gucken. Haben wir halt ein Kaufpreisangebot reingeschrieben. Und hoffen, dass da jemand Interesse hat, sein Grundstück zu verkaufen. Ey. Voll laut. Und wir machen Pizzateig. Also der Teig ist schon fertig. Den habe ich gemacht. Dann hat er jetzt eine Zeit zum Gehen gehabt. Mach den nicht so platt. Der ist aber fluffig sein, der Hefeteig. Ja. Wenn du den Fett klopzt, dann ist der auch glatt. Du hast ganz schön viel gemacht, oder? Na, ich habe das Rezept aus dem Thermix gemacht. Machen wir einfach nicht alles. Dann machen wir noch irgendwie einen Hefeteig, Kuchen oder so. Oder irgendwie was. Zimtrollen oder so. Mag ich auch. Schnecken. Ja, der Morgf ist kein Zimt. Ich weiß. Ja, jedenfalls machen wir jetzt Pizza. Und es ist Mittwoch. Und der Arbeitstag war so mittel. Ich habe mein Auto zur Werkstatt gebracht und musste dann doch nicht laufen, weil hinzu hat mich eine nette Kollegin mitgenommen und rückzu hat mich auch eine nette Kollegin mitgenommen. Also musste ich gar nicht laufen. Wir haben kein Mehl in den Pfannen. Ich habe das Mehl vergessen. Steht da da mit dem Teil in der Hand. Brauchen Sie Mehl? Ja. Okay, dann muss ich kurz aufhören mit euch zu sprechen und erst mal Mehl in die Pfannen machen. Hallo und guten Morgen, ihr Lieben. Jetzt ist es gleich Zeit, für mich zur Arbeit zu fahren. Ich habe eine Waschmaschine angeschmissen, mich fertig gemacht. Tobi ist schon am Arbeiten. Er macht heute und morgen Homeoffice. Und ja, ich muss mir noch eine Jacke überziehen, weil es ist etwas frisch. Ich habe mal seit langem mal wieder eine Brille rausgekramt und festgestellt, dass ich einfach noch zu gut ohne Brille sehe und die ständig vergesse, obwohl es mit Brille Sinn macht, weil ich dann weniger Kopfschmerzen habe. Aber ja, es scheint noch nicht akut genug zu sein. Ja, sonst kann ich euch nicht viel erzählen. Ich muss mir noch meinen Tee fertig machen für die Arbeit. meinen Akku von der Kamera laden, weil die blinkt gerade wieder. Und dann sehen wir uns heute Nachmittag. Ich habe überall Muskelkater in den Armen vom Sport, also vor allem hinten im Trizeps. Und wenn ich die Arme hochhebe, merke ich auch die anderen Muskeln. Dabei ist das gestern nicht so doll gewesen und heute nochmal doller. Aber ich glaube, das ist ja auch so eine kluge Weisheit, dass am zweiten Tag Muskelkater meistens schlimmer ist als am ersten. Sonst, ja, nichts Neues. Ich packe euch jetzt mal einen Strom und dann fahre ich los zur Arbeit und bin dann heute Nachmittag wieder da. Und dann fahre ich mit Tobi einkaufen wahrscheinlich. Eigentlich könnten wir rentiertisch auch morgen einkaufen fahren, aber da sind wir abends mit den Jungs von Tobi, also unseren Freunden, aber halt, ihr versteht, mit Tobis Jungs quasi zum Essen verabredet. Und deswegen wird das ein bisschen stressig und deswegen gehen wir wahrscheinlich heute einkaufen. Aber wir haben auch noch gar keinen Plan gemacht, was wir essen wollen die Woche. Also müssten wir das vielleicht erstmal noch machen. Weil ohne Plan einkaufen macht immer wenig Sinn. Hi Leute, es ist jetzt, wie spät ist es? Oh, 17.30 Uhr. Wir waren einkaufen. Hab immer noch starken Muskelkater, wenn ich meine Arme bewege. Aber jetzt wird erstmal Einkauf eingeräumt und dann gleich Abendbrot gegessen, denke ich mal. Ich bin müde den ganzen Tag heute. Mega müde. Und es war heute ein leicht stressiger Donnerstag. Bisschen belastend. Und aufwühlend. Also ich war auf Arbeit heute sehr viel mit Konflikten und so. Gespickt der Tag. Also mit den Kindern. Die haben heute so ein bisschen Krawallstimmung gehabt. Und dann ist das immer sehr aufwühlend. Muss man sich immer selber so wuser und ruhig bleiben. Björn, du kannst da jetzt noch nicht reinklettern in die Tüte. Ich muss die erstmal ausräumen. So, ihr Lieben. Ich bin ganz müde. Wir gehen jetzt ins Bett. Und ich hab mir noch ein Wasserchen gemacht. Ein Wasserchen für das Bettchen. Hoi kommt auch noch netterweise zum Tschüss sagen. Zum Tschüss sagen. Weil Donnerstag... Man hat dich sonst wieder, glaube ich, wenig gesehen. War auch mal wieder nichts los. Ich hab letzte Woche versprochen, dass was los ist. Das einzige, was los war, ist, dass wir den Brief geschrieben haben wegen dem Eingrundstück. Den ich heute zur Post gebracht habe. Und da wissen wir auch nicht, was dabei rumkommt. Achso, und meine Extensions hab ich reingemacht. Aber, also, das hab ich auch nicht viel gefilmt mit Mama. Stimmt. Ja. Naja, wir sehen uns im nächsten Vlog. Vielleicht passieren da spannende Dinge. Wir werden es sehen. Es ist halt sehr Leben. Manchmal ist das Leben langweilig. Ja. Aber ich lebe gerne auch langweilig mit dir. Das ist schön. Schön, ne? Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.